So Leute, da sind wir zu einem, unserem Timo vs. Timo Spiel. Also, ich bin wirklich gespannt, wie es endet. So wie ich Flo kenne, würde er ade Timo spielen. Oh, mit Ghost and Exhaust, natürlich. Mal wieder so klar. Okay. Minions have spawned. Wow. Two, three, four. Man schäme mich jetzt mit deinem Blendfell harassen, nur weil du mehr AP hast als ich. Okay. Two, three, four. I'll scout ahead. Bam, komm du Lacker. Ich nix deine Lacker. Äh, hättest du mich getötet wärst du der Lacker, ich hoffe das weißt du. Hättest du mich getötet wärst du der Lacker, ich hoffe das weißt du. Das war schön geplant mit dem, mit dem Entzünden und Flash. Nein, du hast gesagt, dass der Lacker abhattest. Aha. Uh-hättest du mich getötet wärst du dich. Oh, du hast du mich getötet wärst du mich getötet wärst du dich. Oh, du hast du dich getötet wärst du dich. Ja, das war schön. Oh, hat er sich zugebeutet, die Postie. Die Pods habe ich schon lange. Um dich zu töten, hatte ich keine Pods gebraucht. Deine Minions sind böse. Ah, komm! Ich hab halt Schuhe und du nicht. Das ist mein großer Vorteil. Und meinen ersten Pilz setze ich auf deine Leiche. 1, 2, 3, 4... Ich platze dich nur durchs Leben. Keiner Spaß. Ja, natürlich. Was? Natürlich. Du lachst ja gar nicht, Flo, du lachst gar nicht. Okay. Ich bin vorhin. Ich bin vorhin. Ich bin vorhin. Jaaa, genau! Pum! Jaaa, genau! Oh! und tschüss oder reicht es reicht es ja es reicht Lose die mein Pfund nicht gezündet hat Fahre ich nicht was weil mein Pfund nicht gezündet hat weil ich vergessen habe mein Bonbon zu essen 3 0 steht es ja aber geht aber nur das letzte Mal Timo gespielt dass man nicht das letzte Mal Timo gespielt hat um weißt du noch die Runde der Umstimmungen gut zwei Monate lang nicht mehr gespielt um weißt du noch die Runde wo du mit Timo einfach und untötbar warst ja die schon zwei Monate her das weißt du ja willst du jetzt Pilze farm lass mein Pilze in Ruhe oh ok ok Wie er sie extra Worts kauft nur um meine Pilze zu töten Oh ja Flo was du kannst kann ich auch Ja doch das reicht Keine Ahnung Das merke ich auch recht Schnuppe Flo kommt gerne von hinten Bist du so viel schneller als ich? Weil ich schon 2er Boots habe und du nicht Wie er Ghost zündet Was ist das? Okay